Schlagzeug im Geschäft von Böhmen! Der Einzige, wo ich Bieler bin, ist er von das Brück. Wir haben einen grüft, bravo! Er war von Blavosbrück. Sehr schön. Wir haben die letzten paar Tage geprobt für die Festivalsaison. Wir haben eine ganze Liste gemacht, aber wir haben gewusst, dass es für uns eine Art Heimspiel ist. Es ist ein Heimspiel. Wir haben gedacht, wir spielen die erste Saison, die wir geschrieben haben. Unsere Heim ist, weil so viele Leute hier sind, die von Anfang an dabei sind. Das einzige Radio, das gespielt hat, ist Canal 3. Wer sind wohl Canal 3? Wir werden nicht mehr. Das vergesst mich nicht. Und der Song ist so ein bisschen Country, von Damien McDonnell. Das ist ein bisschen Country, oder? Für die echten Cowboys hier, unsere nächste Song. Das ist ein bisschen Country. Das ist ein bisschen Country. Das ist ein bisschen Country, von Damien. Du bist so ein bisschen Country. Untertitelung des ZDF, 2020